6. November 2038 Ich kann irgendwas neu starten. Ich starte neu. Alles klar. Müsste mag das sein. Es ist Markus, der gerade wach wird. Okay, wir machen mal eine Diagnose. Alles kaputt wahrscheinlich. Beeinträchtigte Sicht. Beschädigter Gedächtnispalast. Er hat einen Palast. Alle Systeme im Energiesparmodus. Defekt. Ich sehe das gar nicht. Wo muss ich denn hier noch gucken? Da oben. Defekte Audiodaten. Beschädigt. Was ist hier nicht kaputt? Fehlt. Stehen nicht möglich. Beine ersetzen. Boah, das ist ja richtig Terminator-Style, Alter. Okay. Also sie haben nicht nur auf ihn geschossen. So viel steht fest. Das Modell können wir nicht ganz so herausfinden, ne? So. Zack, weg damit. Mit dem alten Stumpen. Das geht aber auch recht einfach, würde ich sagen. Okay. Aber es fehlt, glaube ich, noch ein rechtes, ne? Ah, beschädigt. Ist auch leider inkompatibel. Deswegen bringt uns das gar nichts. Aber wir werden schon mal irgendwas finden. Funktionsfähig. Aber die meisten haben anscheinend auch nicht den Willen, das zu tun, was er gerade tut. Weil viele scheinen ja noch funktionsfähig zu sein. Irgendwie zumindest. Ist ein bisschen kaputt, ne? Ist ein bisschen kaputt, ne? Also, der ist ja richtig demoniert, der Gute. Ah, ist so eine Art Friedhof, würde ich sagen. Friedhof für Androiden. Das geht dich nix an. Ei, 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 ei. Ach, du Scheiße. Naja, das Problem ist, das muss ich jetzt ja alles so suchen, ne? Niedriges Energielevel. Blöd. Der hat eine optische Einheit. Und sie funktioniert. Hä? Warum kann ich ihn nicht nehmen? Hä? Warum steht da wieder ein Bein? Okay. Ja. Läuft hier einfach rum. Läuft. Passt schon. Boah, Alter. Kleiner Penner. Hat er denn nicht eine funktionstüchtige Einheit? Tja. Aber die brauchen selber bald Energie, ey. Sonst wird's, äh... Ne? Aber ich möchte irgendwie die auch... Ach, komm schon, ey. Ja, jetzt guck... Oh, das ist doch dumm. Also, das verstehe ich nicht. Warum kann ich denn jetzt nicht gucken? Ob da irgendwas brauchbares bei ist. Oh, der hat keinen Kopf mehr. Läuft. Weil so eine Energiematrix, ne? Ohne die ist schlecht. Oh, Alter. Jetzt muss ich die ja, ne? Ich muss die ja da bei denen rausreißen. Das ist zumindest kompatibel. Das ist die Frage, wie setzt er sich das ein, wenn das für die Energie zuständig ist. Vielleicht haben die noch so einen kleinen Moment... Puffer. So, zumindest ist die Energie wieder da. Glaube ich. Ich glaube, das ist die Energie. Keine Ahnung. Aber uns fehlen immer noch ein paar Teile. Ich brauche noch einen Audio-Prozessor. Ah, der ist funktionsfähig. Und bei dem ist auch soweit alles gut. Also, der ist... Lebt nicht mehr. Ob das jetzt besser ist? Ich weiß ja auch nicht. Nicht bitte, nicht bitte. Oh, Badass. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Tja. Guck mal, und jetzt verstehe ich eine Sache nicht. Warum kann ich bei ihm nicht gucken, wegen einem visuellen Gedönsding? Müsste doch funktionieren. Optische Einheit, inkompatibel, bla bla. Die ist kompatibel. Äh, kompatibel. Shit. Ja, da kommen noch ein paar mehr Teile. Läuft. Da hat er ein blaues und ein braunes Auge. Auch nicht schlecht. Ah, danke. Und es werde Licht. So, jetzt können wir die Anhöhe hochklettern. Ich glaube, mehr kannst du ja auch nicht machen, ne? Also, was willst du ja auch machen? Ist ja nischt, was hier wirklich machen kannst. So, wir kommen schon hochziehen und dann schaffen wir es. Mein Gott, können die nicht immer die gleichen Tasten benutzen? Wäre einfacher. Jetzt dachte ich, kommt L2. Aber nie, nischt. Nein. Komm raus. Okay. Haha. Ja. Musik. Was macht der denn jetzt? Oh, der reißt sich das Ding ab. Und nun ist er nicht mehr als Android zu erkennen. Also außer seinen Schäden. Aber sonst, die LED ist weg. Das geht also, okay. Ich dachte, die sind halt fest verbaut, diese Teile. Also wirklich fest. Aber anscheinend nicht. Und damit sind wir los. Das sind halt genau die, wo ich nur eine Entscheidung hatte. Sonst habe ich ja alles geschafft. Also hier ablehnen für die Pumpe zu töten. Ich hätte ihn töten können. Und ihn nicht töten können, den anderen, den ich dann getötet hatte. Dann wäre es ein bisschen anders gelaufen. Aber habe ich halt getan. Das sind die einzigen beiden Sachen, die ich nicht gemacht habe. Oder die hier noch gesperrt sind. Einfach weil. Einfach weil. Und das ist ein bisschen anders. 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 Und das ist ein bisschen anders.